Stellen Sie sich vor, Sie haben alle Ihre Gesundheitsdaten, welche Medikamente Sie zum Beispiel nehmen müssen, auf einen Blick, auf einen Klick, wie auch Ihr Arzt und Ihre Ärztin. Was in skandinavischen Ländern längst Alltag ist, ist bei uns noch immer Zukunftsmusik. Daher wollen wir heute wissen, warum klappt die Verknüpfung von wichtigen Daten für jeden einzelnen von uns, aber auch für den Staat noch immer nicht. Zum Beispiel auch, wenn es um die gezielte Förderung jener Haushalte geht, die in Zeiten der Teuerung mehr Hilfe nötig haben. Also treffsichere Hilfen, immerhin Steuergeld, anstatt der viel kritisierten Gießkanne für alle. Bevor wir das live mit dem zuständigen Staatssekretär für Digitalisierung Florian Turski besprechen, zeigen uns Helga Lassau und Alexander Sattmann, was verknüpfte Daten im Alltag für jeden einzelnen von uns und für den Staat bedeuten. Hallo Gesundheit, so heißt der neue digitale Assistent bei den barmherzigen Schwestern in Wien. Das Krankenhaus der Vinzenz-Gruppe hat für seine Patientinnen und Patienten eine App entwickelt, mit der sie Befunde lesen, Termine buchen und auch digitale Sprechstunden besuchen können. Seit zwei Wochen ist Hallo Gesundheit online und wird angenommen. Wir wollen den Patienten und die Patientinnen in ihrer Rolle im Gesundheitswesen stärken, also sich leichter zurechtfinden, besser zu den Angeboten kommen. Wir haben 245 aktive User und haben jede Woche eine Steigerung zwischen 10 und 15 Patientinnen. Was in diesem Spital funktioniert, ist bis jetzt im großen österreichischen Gesundheitssystem nicht möglich. Österreich hinkt der Digitalisierung hinterher. Das stört auch die Plattform Registerforschung, für die sich der Wirtschaftswissenschaftler Harald Oberhofer engagiert. Aus meiner Sicht ist gerade im Gesundheitsbereich das Interesse grundsätzlich an evidenzbasierter Politik ausbaufähig, würde ich zumindest sagen. Das Interesse sowohl in der Sozialversicherung, aber auch beim Ministerium scheint mir nicht derart geartet zu sein, dass man bessere Evidenz für die Funktionsweise des österreichischen Gesundheitssystems haben möchte. So seien genügend Gesundheitsdaten vorhanden, aber nicht zusammengeführt, zum Beispiel bei der elektronischen Gesundheitsakte ELGA, deren Gründung schon mehr als zehn Jahre zurückliegt. Es gibt sehr viele Player, die hier ineinandergreifen, miteinander arbeiten müssen, um die Datenlage insgesamt zu verbessern. Das gilt dann auch auf der praktischen Seite, wenn wir uns ELGA anschauen und was dort an Informationen enthalten ist oder nicht enthalten ist. Uns aus der Wissenschaft wurde mal gesagt, für Forschungszwecke ist ELGA de facto nicht brauchbar, weil dort nur PDFs hochgeladen werden und aber keine systematische Erfassung von Behandlungen etc. dort sichtbar ist. Das ist für die Forschung schlecht, das ist aber auch für Behandlung der Ärzte schlecht, die vielleicht im Notfall mal schnell etwas finden müssen, beispielsweise bei Notoperationen, ob man auf irgendwelche Medikamente Rücksicht nehmen muss, ob es irgendwelche Vorerkrankungen gibt. Das wäre, glaube ich, auch im Sinne der Patientinnen und Patienten wichtig, wenn das Behandeln der Ärzte tatsächlich schnell wissen würden. Bei den barmherzigen Schwestern hofft man, dass ihr Pilotprojekt Schule machen könnte. Sicherheit geht vor. Ich denke, das ist eine wirkliche gute Möglichkeit, um den Patienten und die Patientinnen im Gesundheitswesen bessere Orientierung zu geben, zu stärken, bessere Zugänge zu teilen. Das hilft. Es sollte aber natürlich auch verbunden werden mit Elga. Dann wird es wirklich ein gesamtes, sinnvolles Ganzes. Der Gesundheitsminister kündigt an, dass er die Vernetzung der Gesundheitsdaten vorantreiben möchte. Auch um die Überbelastung des Systems zu verhindern. Das Motto? Digital, vorambulant, vorstationär. Was heißt digital? Wenn ich künftig einen Schnupfen habe oder Fieber, was mache ich dann? Digital, vorambulant, vorstationär, heißt schlicht und einfach, dass ich rascher, unbürokratischer Zugang in meinem Umfeld zu medizinischer Versorgung bekomme. Rund um die Uhr? Rund um die Uhr. Die Komplexität des politischen Systems in Österreich, Länder, Bund, Ministerium, Kassen und Kammern haben unterschiedliche Kompetenzen, verhindert vieles im Gesundheitssystem. Auch die Digitalisierung. Katharina Reich, Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit, will sich Skandinavien als Vorbild nehmen. Zumindest ein bisschen. Die Patientenlenkung, die in den skandinavischen Ländern selber die Digitalisierung funktioniert, wollen wir ein bisschen nach Österreich transferieren. Ein bisschen heißt, das wird nicht der große Umbruch sein? Ein bisschen. Ich sage ein bisschen, weil wir sehr viele Puzzlesteine haben, die es jetzt gilt, miteinander zu vernetzen. Es ist nicht sozusagen eins für alles, eine Glocke, die überall drüber stülpen, sondern es gilt, das vorhandene bestmöglich zu nutzen und das, was es fehlt, dazu auszubauen. Und was fehlt tatsächlich ist dieses Thema der Apps, der direkten Telekonsultation, wo auch in Skandinavien teilweise der gesamte Primärversorgungsbereich selber diesen digitalen Bereich läuft und das ist unser Vorbild. In Skandinavien ist das Gesundheitssystem schon länger digitalisiert. Die Bevölkerung geht mit Apps und Online-Daten schon selbstverständlich um und scheint auch dem Staat und seinen Institutionen in puncto Datensicherheit zu vertrauen. Können Sie mir zeigen, wie Sie Ihre Gesundheitsdaten organisieren? Ja, das ist die App, die ich am meisten benutze. Wenn ich etwa ein Rezept für ein Medikament bekomme, kann ich es hier sehen. Ich sehe auch, wie viele Medikamente ich noch übrig habe und in der Apotheke kann ich das einfach herzeigen. Und die App ist besonders smart. Wenn mir ein Medikament ausgeht, schicke ich das einfach meinem Doktor. Er bekommt das digital und kann mir dann ein neues Rezept ausstellen. In Österreich gibt es viele Datenschutzbedenken. Der Verein Epicenter Works prüft Gesetzesentwürfe und schaut darauf, dass Menschenrechte im digitalen Raum eingehalten werden. Wenn man so sensible Daten wie Gesundheitsdaten verarbeitet, zusammenführen möchte, dann ist das natürlich mit großen Risiken auch behaftet, potenziellen Risiken behaftet. Und da muss die Bevölkerung eben auch vertrauen können, dass ihre Daten entsprechend geschützt sind. Gesundheitsdaten geben einen großen Aufschluss über eine Persönlichkeit. Also zu erfahren, wer welche Krankheit möglicherweise hat, welche Medikamente einnimmt oder eben auch sonstige medizinische Bedürfnisse hat, das kann sehr große Begehrlichkeiten schaffen. Und das natürlich kann Missbrauch Tür und Tor öffnen. Dementsprechend muss derartiger Zugriff eben auch geschützt sein und das muss sichergestellt sein. In Österreich sind viele skeptisch gegenüber den Behörden und dem Staat. Aber auch finanzielle Unterstützungsleistungen wie der Teuerungsausgleich könnten effizienter verteilt werden, wenn statistische und individuelle Daten für Behörden zugänglich wären. Eine digitale Strategie ist schon oft angekündigt worden, bis jetzt läuft sie jedoch stockend. Ich glaube, dass es für die Effizienz von Förderungen im Sozialbereich ganz, ganz wesentlich wäre, bessere digitalisierte Daten zur Verfügung zu haben. Und da gibt es ein gutes Beispiel. Wir haben im Zusammenhang mit der Unterstützung von Menschen, die durch die Inflation sehr stark betroffen waren, immer wieder gesagt, man soll nicht die Gießkanne anwenden, man soll nicht alle Familien oder alle Haushalte unterstützen, sondern nur diejenigen, die ein besonders niedriges Einkommen haben oder sonst irgendeine bestimmte schwierige soziale Situation. Daten über Einkommen gibt es vom Finanzamt oder Arbeitsamt oder von der Sozialhilfe. Doch diese sind nicht gemeinsam abrufbar. Sie können statistisch nicht das Einkommen von Haushalten feststellen, weil wir aus guten Gründen eine Individualbesteuerung haben und weil daher aus verschiedenen Datenquellen Informationen zusammengetragen werden müssen, um die sozioökonomische Situation eines Haushalts gut darstellen zu können. Das ist ein Projekt, das jetzt unter Leitung vom Staatssekretär Turski schon über ein Jahr läuft und es gibt immer noch kein Ergebnis. Und das finde ich eigentlich ziemlich ärgerlich. Seit eineinhalb Jahren ist Florian Turski Staatssekretär für Digitalisierung im Finanzministerium. Im September präsentiert er eines seiner Prestigeprojekte, den digitalen Altersnachweis. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit den digitalen Ausweisen haben Sie ab sofort neben dem Führerschein, wie wir es bis jetzt kennen, auch den digitalen Altersnachweis. Ich sehe, dass es solche Aushängeschildeprojekte gibt, wie was jetzt alles digital verfügbar ist, wie Führerschein etc. Das sind sicher gute Sachen. Das ist aber jetzt nicht etwas, wo ich das Gefühl habe, dass systematisch die ganzen Potenziale der Digitalisierung und der verfügbaren Daten genutzt werden. Aus meiner Sicht bräuchte es eine Datenstrategie, die viel tiefer in die Materie eintaucht und tatsächlich auch überlegt, was kann alles an vorhandenen Daten genutzt werden, um die Qualität der Politik, der Diskussion und im Hinblick auf evidenzbasierte Politik verbessert werden. Und da fehlt mir ehrlich gesagt schon der Drive in der Politik. Ja, Tempo wird gefordert und wir wollen wissen, wo bleibt jetzt die nationale Datenstrategie. Das wollen wir gleich im Studio mit dem zuständigen Staatssekretär Florian Tusky besprechen. Danke fürs Kommen. Schönen guten Abend. Herr Staatssekretär, da ärgert sich kein geringerer, hörbar jetzt im Beitrag, als der Wächter über die Staatsfinanzen, Fiskalratschef Badelt. Seit einem Jahr wurde versprochen, soll eigentlich im Finanzministerium klar sein, Daten verknüpft werden, wer ganz gezielt in Zeiten der Teuerung Hilfe braucht, anstatt die Gießkanne auszupacken. Warum dauert das alles so lange? Also ich gebe dem Professor Badelt als erstes ganz recht. Wir wollen zielgerichtet Förderungen auszahlen. Und ich glaube, niemand ist es auch wichtiger als natürlich dem Finanzministerium, hier zielgerichtet auszahlen zu können. Wir haben versprochen, wir werden über den Sommer in Modeller arbeiten, waren hier auch maßgeblich mit den Wirtschaftsforschern, auch mit dem Professor Badelt im Kontakt. Und wir haben vielleicht nicht so viel darüber gesprochen, wir haben das erste Projekt auch bereits durchgeführt. Es gibt ja den Teuerungsausgleich für die einkommensschwachen Familien, wo unter einem Bruttoeinkommen von 2000 Euro automatisiert 60 Euro ausgezahlt werden pro Monat. Und das haben wir bereits als sogenannte smarte Förderung durchgeführt. Das heißt, wir haben uns die Einkommen angeschaut und haben anhand dieser Einkommen dann auch automatisiert an diese Personengruppen automatisiert das ausgezahlt. Das sind Dinge, die wir machen können, weil wir auch die rechtliche Grundlage bis jetzt da zu haben. Aber gut, da geht ja noch mehr an. Sie sagen im Sommer, also versprochen wurde es für den Herbst, der ist jetzt da. Und wo ist jetzt die Verknüpfung all dieser Daten, um ganz gezielt zu schauen? Es geht ja um die Haushalte. Wie viel mehr an Hilfe muss ganz gezielt ausgezahlt werden, damit vor allem im Sinne auch der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht Geld in Milliardenhöhen, das hatten wir während der Pandemie, während der Teuerung der hohen Inflation, über alle drüber gegossen wird. Also gibt es diese Verknüpfung? Der Professor Badelt hatte gesagt, wir haben eine Individualbesteuerung und diese Verknüpfung besteht jetzt und diese Verknüpfung haben wir auch erstmals angewandt, nämlich für die individuellen Einkommen können wir auch zukünftig individualisiert an Förderungen auszahlen. Aber auch für Haushalte? Das, was wir nicht haben, ist die Zusammenführung der Haushalte, weil es hier einerseits noch sehr, sehr viele Datenschutzbedenken gibt, andererseits aber auch, es noch nicht die rechtliche Grundlage dafür gibt. Und das ist eine Diskussion, die wir jetzt führen müssen. Will man das? Will auch die Bevölkerung, dass diese Daten derartig verknüpft sind, dass wir das automatisiert machen können? Wir haben versprochen, wir machen ein Modell für die smarten Förderungen. Das haben wir auch aufgesetzt. Wenn wir jetzt mehr wollen, wenn man will, dass der Staat auf Knopfdruck auch die Haushaltseinkommen zur Verfügung hat, dann müssen wir das diskutieren und dann müssen wir auch die Datenschutzbedenken diesbezüglich ausräumen. Aber mit wem wollen Sie das diskutieren? Wenn Sie eine rechtliche Grundlage brauchen, dann brauchen Sie dafür einfach nur in der Koalition beziehungsweise mit der Koalitionsmehrheit im Nationalrat ein Gesetz und ich nehme jetzt einmal an, der Sozialminister von den Grünen wird dafür sein, die Haushalte, da geht es ja auch um Menschen, um Eltern, Alleinerzieherinnen mit Kindern, die von Armut beziehungsweise die vor allem in der Treuerung viel stärker belastet sind, ganz gezielt zu fördern. Ganz richtig und deshalb haben wir jetzt auch das erstmals bei den einkommensschwachen Familien, Alleinerzieherinnen und Alleinerziehern gemacht. Beim Haushalt jedoch ist es etwas schwieriger. Wer lebt denn in einem Haushalt? Was ist genau ein Haushalt? Auch anhand des Melderegisters kann man genau automatisiert abschätzen, wer überhaupt anhand des Melderegisters in einem Haushalt lebt. Wir kennen diese Probleme zum Beispiel von den Diskussionen auch der Leerstandsabgabe, dass das insofern gar nicht nachvollziehbar ist. An wen zahle ich dann auch die Unterstützung jeweilig aus? Das sind zahlreiche Fragen. Und wir haben in Österreich ja per se ein System, wo wir sehr, sehr gute Datensätze haben in den einzelnen Ministerien. Aber aus guten Gründen, auch weil die Datenschützerinnen und Datenschützer das fordern, auch weil es ein Wunsch aus der Bevölkerung ist, nicht wahllos alles miteinander verknüpfen. Es geht ja gar nicht um wahllos, Herr Staatssekretär. Für die Klärung, wie das organisiert und verknüpft wird, sind ja Sie zuständig mit dem Projekt beauftragt worden. Und die Frage ist in diesem Prozess, wo stehen Sie jetzt da? Reden, verhandeln Sie mit den Grünen? Soll es eine gesetzliche Grundlage geben? Und von einer öffentlichen Diskussion, weil Sie sagen, will das die Bevölkerung überhaupt, habe ich noch nichts gehört? Wir haben ja jetzt den ersten Schritt gesetzt. Also das, was wir versprochen haben, haben wir ja auch bereits umgesetzt. Wir haben nicht viel darüber gesprochen, aber erstmals, und das ist schon ein großer Erfolg, haben wir eine einkommensbezogene Unterstützung auszahlen können, automatisiert ohne Antrag. Das ist ja genau das, was gefordert ist. Das ist auch das Gegenteil von einer Gießkanne. Die Frage ist jetzt, wie weit will man gehen? Wie weit würden Sie gehen? Ich persönlich, ich persönlich glaube, wir müssen uns das gut anschauen. Als Digitalisierungsstaatssekretär ist es immer mein Ziel, so korrekte Daten wie möglich zu haben. Das heißt, meine Aufgabe wird es sein, die Registerverknüpfung so weit hinzubringen, dass es technisch möglich ist. Das ist mein Auftrag. Wir haben den Registersystemverbund. Das ist dieser Zusammenschluss der Register. Da sind bereits 13 Register in Österreich zusammengeschlossen. Das ganze Thema der digitalen Ausweise und Co., was wir gesehen haben, hängt ja genau damit zusammen, dass das alles zukünftig möglich ist, dass ich auch Amtswege zukünftig digital machen kann. Und dann müssen wir uns überlegen, wie weit wollen wir als Politik gehen und wie weit will das auch die Bevölkerung? Das würde ja bedeuten, wir hätten eine nationale Datenstrategie, nur die gibt es noch immer nicht. Und um ein weiteres Beispiel hereinzunehmen in unser Interview. Thema Gesundheit. Sie waren heuer im Februar mit dem Gesundheitsminister in Finnland, in Helsinki unterwegs. Und wir haben es ja gesehen, das hilft ja nicht nur den Patientinnen, das hilft nicht nur den Ärztinnen und Ärzten, nämlich auf einen Blick, welche Medikation wird verlangt, welche Vorerkrankungen sind da. Das würde auch helfen einzusparen, nämlich dass Medikamente nicht doppelt verschrieben werden. Oder wenn wir jetzt hören, Stichwort Gesundheitsreform, Doppelgleisigkeiten abzubauen. Wo steht man da und wo ist hier die Verknüpfung? Also vorweg die nationale Datenstrategie. Eine nationale Datenstrategie ist viel mehr. Da geht es nicht nur um die Registerverknüpfungen. Vielleicht können wir darüber nachher auch diskutieren. Da geht es eben um den Data Governance Act auf europäischer Ebene. Der auch noch nicht umgesetzt ist. Genau. Um was wir jetzt gesprochen haben, ist das Gesundheitssystem. Vollkommen richtig. Wir haben vor zehn Jahren mit der ELGA einen großen Schritt in Österreich gemacht, mit der elektronischen Gesundheitsakte. Der Herr Bundesminister Rauch und ich, wir arbeiten sehr gut zusammen, waren eben gemeinsam auch im Februar in Finnland, um uns das anzuschauen, haben im Ministerratsvortrag, dem Digital Austria Act, unserer Digitalstrategie, Schwerpunkte jetzt definiert, die wir umsetzen wollen. Welcher denn? Das ist einerseits der Lückenschluss bei der ELGA. Das heißt, alle Daten müssen in die ELGA. Und dann nicht als PDF, sondern wirklich als Daten. Das wurde zu Recht kritisiert. Und ab wann wird das sein? Wir werden auf jeden Fall die rechtliche Grundlage noch in dieser Legislaturperiode schaffen. Das haben sich der Bundesminister und ich vorgenommen. Gleichzeitig eine Diagnose-Codierung. Auch das wurde zu Recht im Bericht angesprochen. Nämlich, dass nicht einfach die Krankheit hineingeschrieben wird, sondern auch, dass zur statistischen Ausweitung der Krankheiten das genau erfasst wird. Das nächste ist die ELGA. Entschuldigung. Damit wir es nämlich verstehen. Ganz kurz brechen wir sich runter. Für mich, für Sie, für wen auch immer als Patient und als Patientin. Wenn ich einen Unfall habe, das wollen wir alle nicht hoffen, aber sollte es eintreten. Dann kann der oder die Ärztin im Notfall sofort auf diese Daten zurückgreifen und eine sehr gute Diagnose stellen und eine richtige Behandlung. Ja, das ist absolutes Ziel. Weil bis jetzt haben wir eben, und das wie gesagt zu Recht kritisiert, haben wir nur PDFs in der ELGA. Wir haben auch keine Bilddaten in der ELGA. Röntgenbilder, MRT. Genau. Und wir haben auch nicht die Datensätze drin. Weil ursprünglich die ELGA, und auch das hat mich überrascht, wo ich in diese Materie hineingekommen bin, wurde geplant als B2B, also ein Business-to-Business-Modell, wo die Krankenhäuser mit den Ärzten kommunizieren. Als elektronische Gesundheitsakte erwarte ich mir als Patient etwas anderes. Ich will wissen von meiner schulärztlichen Untersuchung, der Stellung weg, wie haben sich zum Beispiel meine Blutwerte entwickelt. Ich will mir vielleicht einmal selber ein Röntgenbild von früher anschauen. Ich will sie vielleicht einem befreundeten Arzt auch geben oder weiterleiten. Und all das soll mit der neuen elektronischen Gesundheitsakte dann auch möglich sein. Das klingt ja vielversprechend. Aber als gelernte Österreicherin, als gelernter Österreicher, an Menschen, die hier leben, wissen wir alle, das dauert. Vom Zeithorizont her, bis wann soll es dann wirklich so weit sein, dass das nutzbar ist? Ich glaube, wichtig ist die rechtliche Grundlage dafür zu schaffen. Aber die können Sie ja mit den Grünen schaffen. Das haben sich der Bundesminister und ich auch vorgenommen. Es wurde natürlich auch zu Recht gesagt, es gibt viele Partner. Wir haben uns darauf entschlossen, das gemeinsam umzusetzen und dann auch das zusammenzubringen. Der Lückenschluss von der Elga, die Bilddaten hineinzubringen, die Diagnose-Kodierung, das klingt alles nach kleinen Dingen. Aber wenn wir diese Pflöcke eingeschlagen haben, dann kann sich die Elga auch wirklich zu einem Produkt entwickeln, was die Bürger gern nützen. Und bei allen digitalen Lösungen, die wir machen, müssen wir den Menschen einen Mehrwert bieten. Und derzeit hat die Elga, und deshalb verwenden es die Menschen ja auch nicht so, eben keinen wirklichen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger. Und den wollen wir schaffen. Und den wollen Sie schaffen. Schauen wir mal, was das kommt. Und die nächste Frage ist ja diese nationale Datenstrategie und die noch nicht Umsetzung der EU-Richtlinie, den Data Governance Act. Dafür sind Sie zuständig. Jetzt sagen Sie, da soll dann bis Jänner ungefähr eine Entscheidung her. Da braucht es eine zentrale Stelle, die quasi die Daten miteinander verknüpft beziehungsweise organisiert. In der Schweiz macht das der Statistikamt. Wäre das bei uns auch der Fall? Nämlich die unabhängige Austrierstatistik? Es ist so, wir brauchen eine nationale Datenstrategie. Darauf haben wir uns auch im Mai verständigt, eine neue Datenstrategie zu schreiben. Ich wurde jetzt vor guten zwei Monaten damit beauftragt, die Umsetzung des Data Governance Act in die Hand zu nehmen. Deshalb, ganz offen, bin ich auch noch nicht fertig. Ich habe diesen Auftrag erst seit zwei Monaten. Ich bin jetzt dabei. Es hat das erste Kick-off-Meeting gegeben. Da waren die von Ihnen angesprochenen Institutionen, die Statistik Austria zum Beispiel dabei. Das ist eine Möglichkeit, dass die sich damit beschäftigen. Aber es gibt einen größeren Kontext, diese Datenstrategie. Wir haben den Akt über die Künstliche Intelligenz. Wir haben den Data Act. Wir haben den Data Governance Act. Wir haben den Digital Service Act und Digital Market Act. Das sind alles verschiedene europäische Regulatorien, die sich mit Daten befassen. Und dafür brauchen wir eine Strategie. Und eine Behörde. Und eine Behörde. Aber ich brauche für den AI Act der Behörde, ich brauche für den Digital Service Act der Behörde, ich brauche für den Data Act der Behörde, ich brauche für den Data Governance Act eine Behörde. Und deshalb geht es jetzt nicht einfach, einen Schnellschuss zu machen. Ja, auch vielleicht, wenn das ein politische low-hanging fruit wäre. Sondern es geht darum, eine Strategie zu haben und nachher die entsprechende Stelle zu beauftragen. Wäre die Statistik Austria dafür nicht prädestiniert? Sie ist unabhängig, sie ist weisungsungebunden. Um auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu stärken, das ist ja immer eine ganz große Frage. Vertrauen in die Daten, in den Datenschutz. Die Statistik Austria hatte bereits die ersten Schritte hier gemacht und wurde auch bereits beauftragt von uns zum Beispiel mit dem Austrian Microdata Center. Was ja eine Art Vorstufe ist, wo wir eben Daten der Wissenschaft und Forschung zur Verfügung stellen wollen. Damit sie unsere Wissenschaftler, Forscher auch nützen können und damit arbeiten können. Deshalb ist die Statistik Austria sicher eine Variante. Ich möchte mich aber noch nicht auf etwas festlegen, bevor wir nicht eine ganze Staatenstrategie haben. Jetzt haben Sie uns einen Einblick gegeben, wie Sie sich einen modernen, einen digitalen Staat vorstellen. Und auf Ihrer To-Do-Liste sind wirklich noch ganz viele Punkte. Wenn wir vom modernen Staat sprechen. Vorige Woche hat sich vor allem der Vizekanzler der Grünen und auch die Ministerin der ÖVP, Edstadler, dafür gefeiert. Sie haben eine Revolution ausgerufen. Das Amtsgeheimnis soll abgeschafft werden. Es gibt das Infofreiheitsgesetz. Allerdings mit wesentlichen Lücken soll nicht gelten für Gemeinden mit weniger als 5000 Bürgerinnen und Bürgern. Entspricht das Ihrer Meinung nach einem modernen Staat, einem transparenten Staat? Natürlich gilt das Informationsfreiheitsgesetz auch für die Gemeinden. Aber die proaktive Veröffentlichung von den Daten gilt nicht für diese kleinen Gemeinden. Aber ist das im Sinne eines modernen, transparenten Staates, wenn der Großteil der Gemeinden ausgenommen ist? Es ist im Sinne eines transparenten, modernen Staates, dass alle Informationen offen gelegt werden. Absolut. Aber natürlich muss das irgendwie verwaltungsökonomisch auch passen. Und wir kennen die kleinen Gemeinden. Ich komme selber aus Tirol. Da gibt es Gemeinden mit 100 Einwohnern beispielsweise. Dass man denen nicht zumutet, proaktiv auch diesen Verwaltungsaufwand das zu veröffentlichen, sondern nur auf Nachfrage, wo sie ja sehr wohl dazu verpflichtet sind, das finde ich durchaus legitim. Und mit dem Informationsfreiheitsgesetz ist uns schon ein großer Brocken gelungen und wirklich ein Schritt zu mehr Transparenz. Auch ich werde hier eine Rolle haben. Wir werden ja bei data.gv.at, das ist ja bereits auch eine Seite des Bundes, wo wir Daten veröffentlichen. Das wird einer dieser Datenseiten sein, wo wir als Bund proaktiv die Daten veröffentlichen können. Weil Sie jetzt sagen, auch da werden Sie eine Rolle spielen. Die Frage ist, wie lang denn? Sie haben nämlich von Ihnen selbst, muss man sagen, ja ein aufgetragenes Ablaufdatum. Sie wollen ja eigentlich ganz woanders hin, nämlich Innsbrucker Bürgermeister werden. Was dürfen wir uns dann überhaupt erwarten von Ihnen als Staatssekretär für Digitalisierung? Und jetzt haben wir zum Beispiel noch ein ganz wichtiges Feld gar nicht angesprochen, zum Beispiel die KI-Strategie Künstliche Intelligenz. Also Sie sind ja eigentlich schon im Wahlkampf in Innsbruck. Nein, ich glaube das Gegenteil ist der Fall. Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren Staatssekretär und es ist Gott sei Dank sehr, sehr viel gelungen. Die digitalen Ausweise wurden erwähnt, die KI-Strategie setzen wir auf bis zum Beginn des kommenden Jahres. Wir haben eine KI-Regulatorik, KI-Behörde eingeführt. Wir kümmern uns jetzt um die Datenstrategie. Und ich bin eben niemand, der von einem auf den anderen Tag davonspringt und die Dinge unerledigt lässt. Die Wahl ist im April in einem halben Jahr. Ja und ich glaube auch, uns werden auch Innsbruckerinnen und Innsbrucker zuschauen, die wollen auch, haben genug Streit gehabt in den letzten Monaten, wollen jetzt auch keinen siebenmonatigen Wahlkampf. Das heißt, ich bringe diese Projekte ordentlich zu Ende, kandidiere zum Innsbrucker Bürgermeister, hoffe gewählt zu werden und dann bin ich politisch, ist meine Zukunft in Innsbruck. Aber Sie wissen, als gelernter Politiker, das ist natürlich etwas, wenn man ein Ablaufdatum hat, was darf man sich da erstens noch als Umsetzung, das ist ja eine Zukunftsfrage, wie digital soll Österreich werden, erwarten. Und das Zweite ist, sollten Sie im April rösieren und wirklich Innsbrucker Bürgermeister werden, was passiert dann eigentlich mit dem Staatssekretariat im Finanzministerium? Wird das eingespart oder gibt es dann vielleicht gar keine Regierung mehr? Aber Frau Schnabel, diese Fragen stellt man sich bei jedem Politiker vor jeder Wahl und auch, wie die Ressorts verschieden verteilt werden und Ähnliches. Die von Ihnen angesprochene Wahl in Innsbruck ist dann sechs Monate oder fünf Monate vor einem regulären Wahltermin. Also diese Frage hätte man sich ja kurz drauf auch sowieso gestellt. Ja, aber was heißt, das halbe Jahr ohne Staatssekretariat im Finanzministerium, ist es dann gar nicht so wichtig, es nachzubesetzen oder gibt es dafür Strategie und Überlegungen? Also natürlich, wir haben gesehen, wie wichtig die Digitalisierung ist. Das wird man dann abschätzen. Diese Entscheidung liegt auch nicht bei mir. Es liegt auch sicher nicht bei mir, bei einem möglichen Nachfolger zu entscheiden oder Ähnliches. Das liegt natürlich beim Regierungschef. Gut, auch noch klingt das nach weit fern, nämlich April 24. Herr Staatssekretär, dann sage ich danke für das Interview. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.